Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe letztens bei Beauty Bay mal wieder so durch die Neuheiten durchgeschaut und da ist mir was sofort ins Auge gesprungen, von dem ich bis jetzt auf YouTube noch nicht viel gesehen habe. Und zwar handelt es sich um die neuen Mini-Paletten von Sigma. Ich meine, es gab sechs verschiedene. Ich habe mir drei Stück bestellt, die mich eben am meisten angesprochen haben und ich möchte heute natürlich alle drei davon testen. Ich werde mit zwei Paletten, das sind eher so die rotstichigen, neutralen, man sieht es so schlecht wegen dem durchsichtigen hier vorne, weil das blendet, mit dem möchte ich auf jedem Auge was schminken und mit der für mich interessantesten Palette mache ich einen kompletten Look. Genau, die Preise dazu schreibe ich euch in die Infobox. Wie schon gesagt, habe ich die bei Beauty Bay entdeckt und ja, habe bis jetzt noch gar keine Sigma-Lidschatten ausprobiert und bin deshalb schon unglaublich gespannt, weil ich bis jetzt über die großen Paletten immer nur Gutes gehört habe. Ich zeige sie euch jetzt aber einzeln im Detail nochmal und zwar habe ich mir als erstes die Hazy-Palette bestellt. Die sieht so aus, das sind eher so kühle, stichige, Morftöne. Was mir als erstes ins Auge gesprungen ist, ist der Ton in der Mitte und der hier unten. Ich finde, die sehen einfach unglaublich spannend aus und auf die freue ich mich sehr. Dann habe ich mir die wohl normalste Palette ausgesucht. Das sind so die warmen Töne, die Rosy-Palette. Erinnert mich an die Warm Neutrals-Palette, heißt sie, glaube ich, auch von Sigma eine größere Palette und die finde ich auch unglaublich schön, also auch mein Farbschema. Und dann kommen wir zu der Palette, die mich am meisten angesprochen hat und wenn ihr sie gleich richtig seht, wisst ihr warum. Das ist die Ivy-Palette und ja, wer mich schon länger verfolgt, weiß ganz genau, dass das genau mein Farbschema ist. Den Ton finde ich unglaublich schön, diesen Dunkelgrünton finde ich unglaublich schön und sie sieht so ein bisschen aus wie die Natasha Denona Gold-Palette, nur eben in kleiner gehalten und in günstiger natürlich auch. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, wenn die gut performt, wäre das so ein kleiner Dupe für Leute, die nicht das Geld für die Natasha Denona Gold-Palette ausgeben möchten, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ja, gut. Mit der mache ich auf jeden Fall einen kompletten Look und die anderen beiden werde ich auf einem Auge auf einem Auge, genau, werde ich auf einem Auge die Hazy-Palette austesten und auf dem anderen die Rosy-Palette. Ja, genug Intro, ich starte jetzt. Ich nehme mir als erstes die Hazy-Palette und gehe in Identity und damit sette ich mal meine Lidschatten-Base. Das mache ich auf beiden Seiten einfach. In der Rosy-Palette ist zwar auch so ein heller Ton nochmal drin, aber für mich ist das halt einfach nur die Farbe zum Setten. Deshalb glaube ich, ist es da jetzt egal, aus welcher Palette ich den nehme. Ihr habt auf jeden Fall in der Rosy- und in der Hazy-Palette so einen hellen Ton zum Setten drin, was ich immer sehr, sehr gerne mag. Ja, der ist auf jeden Fall sehr schön pigmentiert, wie ihr es sehen könnt. Also, wow. So, als nächstes gehe ich in Mist. Das ist wirklich so ein schöner, kühlerstichiger Ton, so zwischen Braun und Mauve. Und den gebe ich mir mal in die Lidfalte. Ja, die Hazy-Palette hat mich sehr angesprochen, weil ich eben so kühlerstichige Rosé-Töne, also wirklich so Mauve-Töne, sehr, sehr gerne mag. Gerade im Herbst und Winter mag ich das sehr gern. Gefällt mir einfach gut. Ich mag kühlerstichige Paletten eh sehr gerne. Ich finde, da gibt es immer noch zu wenig, ja, weil wir immer noch sehr in diesem Warmstichigen drin sind, was natürlich auch schön ist. Aber zu mir passen einfach kühlere Töne besser. Deshalb freue ich mich natürlich immer, wenn ich auch sowas dann finde. Und der ist auf jeden Fall schön pigmentiert. Also, so als erste Transition-Farbe finde ich den sehr, sehr schön. So, dann würde ich als nächstes schon in den hier reingehen. Das ist die Farbe Vervain. Und den gebe ich mir mit einem bisschen kleineren Pinsel. Ein bisschen tiefer gehalten. Hier in die Lidfalte noch mit rein. Und der ist auf jeden Fall sehr, sehr schön pigmentiert. Habt ihr denn schon Erfahrungen mit Sigma-Lidschatten gemacht? Ich muss sagen, bis jetzt haben mich die Paletten immer alle nicht so doll angesprochen. Klar, die Warm-Neutrals fand ich schon immer schön. Aber dachte mir halt, ja, okay, davon hast du jetzt auch schon 500 Stück, so ungefähr in deiner Sammlung. Brauche ich jetzt nicht unbedingt die. Ich wollte aber schon immer mal Sigma-Lidschatten austesten, weil ich bis jetzt eben sehr, sehr Gutes davon gehört habe. Und als ich die Mini-Paletten gesehen habe, habe ich gedacht, ja, perfekt, super. Auch tolle Farbschemen mit dabei. Und da war ich gleich Feuer und Flamme. Deshalb lasst mich gerne mal wissen, ob ihr schon Erfahrungen mit Sigma-Lidschatten habt und welche Palette ihr denn so empfehlen könnt. Ich gehe noch mal kurz in Mist. Ist auch geil so im Deutschen, Mist. Also ich meine die Farbe nicht, dass es Mist ist. Und gehe noch mal hier oben drüber. Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, moviger Look. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Okay, dann gehe ich in den ganz dunklen Ton noch ein. Das ist die Farbe Melancholie. 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 Aber der ist auch super. Also so ein richtig schöner, kühler, stichiger Braunton zum Verdunkeln nochmal. Sehr, sehr cool. Und die Töne lassen sich auch wirklich super ineinander blenden. Also gar keine Probleme damit. Sehr schön. Gehe jetzt natürlich mit dem Pinsel nochmal kurz oben drüber. Ja, doch, gefällt mir sehr gut. Ich nehme den auch nochmal. Gehe nochmal in Mist und in Verwain so ein bisschen gemischt rein. Und gebe mir den an den unteren Wimpernkranz so grob noch. Einfach um hier nochmal so ein bisschen mehr Verbindung nach oben herzustellen. Sehr cool. Und jetzt kommen wir zu dem, auf das ich mich am meisten freue. Und zwar die Schimmertöne. Ich würde mir gerne den hier vorne aufs Lied geben und den nach hinten. Das heißt, wir starten mit Daydreamer. Wow, butterweich. Und sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ton. Und dann möchte ich in Visteria. Das ist eben der ganz interessante Ton hier unten. Okay. Auch der sieht sehr, sehr cool aus. Wow. So einen Ton habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Mal was ganz, ganz anderes. Ich bin ein bisschen baff. Da mir das aber noch zu dunkel ist, würde ich noch in Fancy Full gehen. Und auch der sieht super aus. Und den gebe ich mir einfach mal noch in die Mitte mit auf. Um nochmal so ein bisschen Helligkeit in den Look reinzukriegen. Ja. Sehr schön. Ich blende dann mit den Fingern hier nochmal am Rand so ein bisschen drüber mit dem Produkt, was noch drauf ist. Cool. Ist halt eben so ein bisschen grungy, der Look. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich euch nochmal alles geswatcht. Das ist die Hazy Palette. Ihr seht, ihr habt wirklich sehr, sehr interessante Töne drin. Wie eben den hier. Das ist ja der. Der sieht hier im Pfännchen ein bisschen heller aus, als er auch auf dem Auge und auf der Hand rüberkommt. Ihr habt wunderschöne matte Töne. Butterweich. Ihr habt tolle Schimmertöne. Die jetzt nicht bombastisch pigmentiert sind. Also da kenne ich Besseres, muss ich ehrlich sagen. Aber sie sind auch nicht schlecht. Also es sind trotzdem sehr, sehr schöne Schimmertöne. Ja. Die Hazy Palette gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Die wird auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Gefällt mir sehr gut. Gut. Dann machen wir weiter mit der Rosy Palette. Das sind eben so die richtig schönen, warmen Rot-Nude-Töne. Und da würde ich als erstes in den hier gehen. Prim Rose. Genau, der sieht auch unglaublich schön aus. Und den gebe ich mir auch wieder in die Lidfalte auf. Das sind halt, denke ich mal, so die Töne, die die meisten Leute ansprechen werden. Wenn man denn auf so neutrale oder Nude-Töne im wärmeren Bereich steht, um es mir eher so zu sagen. Finde ich auch sehr schön. Aber wie gesagt, so kühlere Töne hauen mich dann doch schon mehr um nochmal. Aber der ist auch wirklich sehr schön pigmentiert. Also doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist wirklich ein toller Anfangston. Und ich finde, es reicht auch schon, wenn man da jetzt noch einen schönen Schimmer drauf gibt, wie zum Beispiel Morgenite. Wenn man duschtet drauf, dann hat man einen wirklich schönen, unauffälligen Alltagslook, wenn man wirklich nicht viel Make-up so im Alltag tragen möchte. Das wäre eigentlich schon ein perfekter Look. Aber wir machen natürlich mehr. Ich höre da jetzt noch nicht auf. Das wäre es ja. Dann gehe ich in New Mod. Was auch wirklich so ein sehr, sehr schöner Ton ist. Und den gebe ich mir noch mit in die Lidfalte auf. Aber wieder eben so ein bisschen tiefer gehalten. Und auch den finde ich unglaublich schön. Also die Hazy Palette ist eben eher so eine Herbst-Winterpalette für mich. Und das hier wäre jetzt so eine richtig tolle Frühlingspalette. Also das wäre jetzt genau das, was ich so ab April gerne tragen würde. Einfach um den Frühling einzuleiten. Also das sind wirklich so richtig schöne Frühlingstöne, finde ich. Also unglaublich schön, wirklich. Da kriegt man doch gleich Lust auf Eis essen gehen. Ja, hoffentlich kann ich das auch bald mal wieder. Wer mich jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, hat mitbekommen, dass ich seit Mitte Dezember so Probleme mit meinem Magen habe. Ja, ich starte jetzt schon wieder so ein bisschen mit dem normaleren Essen. Ich vertrage das auch zum Teil, zum Teil immer noch nicht. Und dann kommen wieder die Bauchkrämpfe. Und ja, ich würde mich einfach gerne raussetzen, wenn schönes Wetter ist, und ein Spaghetti-Eis essen. Und ich hoffe, dass ich das bis dahin, wenn es mal schöner ist, auch dann wieder kann. Weil das schon sehr nervig langsam ist. Aber ich versuche wieder normaler zu essen. So als kleines Magen-Update. Dann gehe ich in Poppy. Das ist der richtig schöne Rotton oder Bordeaux-Ton, um es eher zu sagen. Und den gebe ich mir... Okay, wow, ihr seht, sofort super pigmentiert. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal hier in den Außenwinkel. Und blende das hier mit rüber. Wirklich, wirklich ein toller Ton. Und ich meine, zu der Pigmentierung brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Bombastisch. Wirklich, wirklich toll. Jetzt muss ich natürlich aber nochmal drüber gehen und ausblenden. Damit habe ich jetzt nämlich nicht gerechnet, dass der gleich so gut pigmentiert ist. Um das alles nochmal ein bisschen softer zu machen, gehe ich nochmal in Primrose. Den ersten Ton. Bei Primrose muss ich immer an Tribute von Panem denken. Falls ihr das gesehen habt, wisst ihr, wen ich meine. Ich bin dann nochmal in New Mod gegangen. Und gehe hier auch nochmal oben drüber. Aber der Rotton hat mich jetzt echt ein bisschen vom Hocker gehauen. Ich nehme auch den Pinsel, mit dem ich es aufgetragen habe. Und gehe damit an den unteren Wimpernkranz noch. Mit dem Produkt, das eben noch da ist. Wow. Okay. Sehr gut pigmentiert. So, welche Schimmertöne nehme ich denn? Ich würde gerne den hier, glaube ich, nach vorne aufgeben. Das ist Morgen Night. Wow. Okay. Ja. Den gebe ich mir jetzt einfach über das ganze Augenlid. Der spricht mich sehr an. Wirklich sehr, sehr schön. Doch. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Nur muss ich auch hier sagen, Er ist okay. Aber es gibt bessere Schimmertöne. Ich finde, dass die zwei Sigma Paletten eher jetzt durch die matten Töne überzeugen konnten, als über die Schimmertöne. Die Schimmertöne würde ich mit der Tarte-Qualität vergleichen. Dass es eben sehr subtile, natürlich gehaltene Schimmertöne sind. Und jetzt nicht die bombigen Metallic Töne. Aber auch hier muss ich sagen, dass ich das eben auch gerne mag. Ich brauche nicht immer die bombigen Metallic Töne, sondern ich mag auch diese neutralen, natürlichen Schimmertöne. Deshalb finde ich das schön. Aber das muss euch halt bewusst sein. Also hier überzeugen wirklich die matten Töne bis jetzt für mich in diesen beiden Paletten. Die Schimmertöne sind okay, aber die matten Töne haben um einiges mehr drauf, als eben diese Schimmertöne. Und das ist dann die Rosy-Palette nochmal geswatcht. Ja, es sind wirklich schöne Töne. Die matten Töne sind butterweich und sind unglaublich gut pigmentiert. Und die Schimmertöne sind halt eher wie so Topper zum Teil, finde ich. Ja, trotzdem eine unglaublich tolle Palette. Und wer super pigmentierte matte Töne sucht, die aber auch trotzdem schön zu verarbeiten sind, da ist die auch wirklich super. Also auch die bekommt von mir einen Daumen nach oben. Ihr müsst nur eben im Kopf behalten, dass die Schimmertöne ein bisschen subtiler sind und nicht eure blindigen Metalliktöne. Dann, wenn ihr das wirklich im Kopf behaltet, habt ihr, glaube ich, auch Spaß mit den Paletten. Also mir haben beide bis jetzt sehr, sehr gut gefallen. Ich mache das jetzt ab und dann testen wir die Ivy-Palette noch. Da freue ich mich auch schon unglaublich drauf. Kommen wir dann zur Ivy-Palette und da würde ich mal starten mit dieser Farbe. Das ist die Farbe Meet Matte. M-E-A-D, wie auch immer man sie ausspricht. Und die gebe ich mir mal in die Lidfalte. Ja, auf die Palette freue ich mich am meisten, habe ich ja gerade schon gesagt, weil das eben genau mein Farbschema ist. Ich liebe solche Grüntöne und sie erinnert mich halt einfach sehr an die Natascha Denona Gold Palette, die ich vom Farbschema eben sehr, sehr schön finde, aber halt auch sehr, sehr teuer. Ich hatte da letztens in meinem Natascha Denona Video auch eine gute Unterhaltung mit zwei Followerinnen unter dem Video und wir haben uns darüber unterhalten, warum die Natascha Denona Lidschatten so gehypt sind. Und irgendwie konnten wir es uns alle nicht so ganz erklären, weil wir, oder ich mag die Lidschatten sehr gern. Ich finde aber nicht, dass es die besten Lidschatten sind, die es gibt. Und darüber hatten wir halt dann eine sehr interessante Unterhaltung und sind irgendwie so zu dem Schluss gekommen, dass für uns BH Cosmetics viel bessere Lidschatten macht. Und dass eben aber die ganzen großen YouTubers so Natascha Denona als die besten Lidschatten so, wie sagt man, promoten, genau. Klar ist da der Geschmack anders von jedem. Vielleicht finden die wirklich, dass es die besten sind, aber ich finde persönlich, dass eben BH Cosmetics, wenn nicht gar bessere Qualität hat, zu einem viel besseren Preis. Und deshalb finde ich es natürlich interessant, weil das ja so ein bisschen die Natascha Denona Gold Palette in Mini ist vom Farbschema. Wenn die natürlich toll ist, klar, Sigma ist jetzt auch nicht so extrem günstig, aber es wäre immer noch günstiger als die Natascha Denona Gold Palette. Und wenn die hier so zum Teil mithalten kann, wäre das natürlich für diejenigen, die nicht das Geld ausgeben möchten, für Natascha Denona, so eine schöne Alternative, um auch dieses Farbschema zu haben. Ja, so weitschweifender Gedankengang von mir. Dann gehe ich als nächstes in diesen Ton hier rein und nehme mir da auch einen Pinsel, das ist die Farbe Bourbon, Bourbon wahrscheinlich ausgesprochen. Und die gebe ich mir auch noch mit in die Lidfalte auf, aber eben ein bisschen tiefer gehalten. Ihr habt halt hier wirklich so schöne neutrale Töne drin, zum Teil auch eher kühlerstichig, der zum Beispiel, und der ist so ein Mittelding. Und dann habt ihr aber auch den schönen Grünton und ihr habt halt ganz viele verschiedene Schimmertöne. Also mit der Palette könnt ihr wirklich einen tollen neutralen Look schminken, indem ihr dann halt auch neutrale Schimmertöne zum Beispiel benutzt. Oder ihr könnt nur so einen grünen Look schminken, indem ihr das dunkelgrün und den grünen Schimmer benutzt. Also die Palette, finde ich, ist so mit am außergewöhnlichsten, aber auch am vielseitigsten. Und deshalb, ja, finde ich die wirklich toll und hoffe auch, dass die Qualität ihr jetzt genauso überzeugt. Ich finde sie aber bis jetzt gut, muss ich sagen. Also das hat auch schon super funktioniert. Doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, ich möchte dann, anstatt mit dem dunklen Braun abzudunkeln, gehe ich in den Grünton natürlich rein. Natürlich, ist ja klar. Mit einem kleineren Pinsel und das ist die Farbe Fistel. Wenn man das denn so ausspricht. Ich habe ja vorher schon gesagt, Englisch Next Level heute. Okay, wow. Super pigmentiert. Ich hätte damit eigentlich schon rechnen müssen, nachdem der Rotton auch so toll pigmentiert war. Aber es macht mich doch immer wieder baff, so was. Wirklich, wirklich toll. Nehme den Pinsel mit dem Produkt, das eben noch drauf ist und gehe an den unteren Wimpernkranz. So einfach, um hier nochmal ein bisschen mehr die Verbindung herzustellen. Ihr kennt das Ganze ja schon. Und als Schimmerton muss ich natürlich den hier nehmen. Das ist die Farbe Elixier. Und den gebe ich mir mal so bis zur Mitte auf. Sehr schön, wirklich. Aber auch hier wieder, es ist kein extremes Metallic. Er ist gut pigmentiert. Ich würde auch sagen, sogar ein bisschen besser als die anderen Töne, die ich vorher getestet habe. Aber er ist kein extremes Metallic. Ich gehe nochmal in Inspire. Das ist so ein Goldton. Und den setze ich mir auch nochmal auf die Mitte. Um hier einfach nochmal so ein bisschen, ja, mehr Dimension reinzubringen. Auch das Spiel kennt ihr schon. Doch, das hat sehr gut funktioniert. Und das ist dann der Look mit Wimpern-Tusche drauf. Ja, wie gefällt ihr euch denn? Und welchen der drei Looks fandet ihr am besten? Schreibt es mir gerne noch mit in die Kommentare rein. Ich habe euch die Palette dann auch nochmal geswatcht. Genau, das ist die Ivy-Palette nochmal. Auch hier genau das gleiche Spiel wie bei den anderen beiden. Eine wirklich tolle Qualität. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Und ich fand hier auch die Schimmern ein bisschen stärker als in den anderen beiden Paletten. Jetzt habe ich aber die Natascha Denona Gold Palette nochmal geholt. Einfach um euch das nebeneinander so ein bisschen zu zeigen. Weil ich kann ja viel schwätzen, aber zeigen wirkt dann meistens doch mehr. Ja, also der matte Grünton ist sehr ähnlich zu dem hier. Wenn nicht gar gleich. Der Schimmergrünton ist auch sehr ähnlich. Und ihr habt hier oben auch wie so einen Olivton drinnen. Genau. Ihr habt goldene Schimmertöne, ihr habt sehr, sehr ähnliche Grüntöne drin. Und ja, also wer das Geld nicht für die Palette ausgeben möchte, dem kann ich die hier auch auf jeden Fall empfehlen. Ist eine wirklich tolle Qualität. Und ja, ihr habt ja gesehen vom Farbschema her, gut vergleichbar mit der Natascha Denona Gold Palette. Nur um das jetzt nochmal kurz so nebeneinander erwähnt zu haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich auch bitte, falls ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert das Glöckchen, dann wisst ihr immer gleich, wenn ein Video von mir online kommt. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!